es war einmal ein song auf youtube dieses musikvideo bekam über zwei millionen dislikes und wurde zu dem meist gedislikten youtube video deutschlands fast vor einem jahr hatte der youtuber jero einen zweiten teil gemacht dieser zweite teil bekam mehr likes als dislikes jetzt müssen wir einen dritten teil mache mit dabei bbis bb 69 eisix 9 und twilight sparkles als twilight sparkles morgen und 17 45 als premiere auf youtube